Moin und Hallo! Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Feuerlöscher benutzen kann. In dem Fall ist es ein Aufladefeuerlöscher für die Bereiche A, B, C. Das heißt also, wir können damit Gasbrände, wir können damit Flüssigkeitsbrände und wir können Feststoffbrände damit löschen. Eigentlich das Standardzeug, was ihr so am Löschen braucht. Das ist ein Aufladelöscher, da ist ein Kohlenstoffdioxid-Tank drin und den müssen wir erstmal aktivieren. Das heißt, wir ziehen erstmal die Sicherung raus. Einfach den Splint extraieren und dann könnt ihr das Schnabelventil nach unten drücken und dadurch wird dann das CO2 da drin durchstoßen, die Kartusche und im Inneren wird ein Druck erzeugt. Haltet dann den Spritzstab in Richtung des Feuers und ihr könnt, indem ihr in rhythmischen Bewegungen pumpt, dann auch das Löschmittel und zwar das Pulver dann rausschießen. Ihr seht, da ist ein bisschen Druck drauf, damit kriegt ihr aber ganz schnell euer Feuerchen, was noch nicht so groß ist, gelöscht. Haltet es circa einen halben Meter davon weg und in zyklischen Spritzbewegungen solltet ihr versuchen dagegen anzukämpfen, aber nicht bei ganz großen Feuern verwenden. Jetzt schauen wir uns das in der Praxis an. Als Beispiel haben wir hier ein kleines Lagerfeuerchen vorbereitet. Das heißt, hier haben wir einen kleinen Brandbeschleuniger reingesetzt und Holz als Brandherd. Stellt euch stabil hin und ballert los. blamert los. h h Vielen Dank.